Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück. Heute geht es um das L-A-I-I. Das ist eigentlich ein, sagen wir mal, furchtbarer Name für ein wichtiges Thema. Und zwar, ich schreibe das jetzt hier tatsächlich mal als Name, weil es eine Abkürzung ist. L-A-I-I steht für Resource Acquisition is Initialization. Okay, das heißt, Moment, das bedeutet im Endeffekt, wir, naja, leider ist der Name absolut falsch verständlich. Es geht eigentlich nicht um die Initialisierung, sondern es geht um das Verwalten von Speichern, das Verwalten von Ressourcen auch. Und Ressourcen können ja alles Mögliche sein. Ressourcen können sein zum Beispiel Dateien oder Dateihändler besser gesagt. Ressourcen können aber auch irgendwelche Datenbankhändler sein, irgendwelche Network Sockets, alles Mögliche. Das ist alles Ressourcen. Irgendwas, von dem wir eben nur eine begrenzte Anzahl haben und die nicht leaken dürfen. Was ist jetzt also ein Leak? Ein Leak ist quasi, wenn ich die Ressource am Ende noch, wenn ich irgendwie auf die Ressource zugreifen kann, ohne dass ich das eigentlich sollte und dadurch eventuell, naja, Daten von mir preisgebe, die eigentlich schon nicht mehr preisgegeben werden sollten. So, und deswegen muss man sich um das Löschen von Ressourcen kümmern, beziehungsweise das Löschen von irgendwelchen, ja, Zugriffen auch. Und ja, tatsächlich ein anderer Name dafür, falls ihr es da drunter sucht, ist Scope Bound Resource Management, wobei ich tatsächlich den Namen sehr viel seltener höre als R-A-I-I. Und ja, deswegen, ich mache das hier mal als Kommentar, dann bleibt das auch schön stehen. So, und ja, die beiden Dinge bedeuten eigentlich dasselbe und hier ist tatsächlich das drin, was es eigentlich ist. Es geht um den Gültigkeitsbereich von Variablen. Ihr habt das ja schon in dem If-Video gesehen, da sieht man das auch ganz schön. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein int a gleich 42 habe, mal eine ganz einfache Variante, und dann if a gleich gleich 42 int b gleich 1337 habe, und dann hier eben unten drunter cout b mache, dann geht das natürlich nicht mehr, weil b nicht mehr definiert ist. Sprich, der Scope von dieser Ressource hier ist nur eben hier drin. So, jetzt, warum müsste ich mich jetzt hier rum kümmern? Also, es ist ja klar, dass mein b hier unten nicht mehr liegt, weil es eben nicht mehr da ist. Warum sollte ich mich jetzt also hier irgendwie drum kümmern? Naja, folgendes Szenario ist jetzt hier relevant. Und zwar, wenn wir hier sagen, wir haben vielleicht eine etwas andere Variable, die auch, sagen wir mal, eine schwierige Operation haben kann. Und ja, wir nehmen jetzt einfach mal hier oben an, dass wir einen Resource-Händler haben, einen Raw-Resource-Händler. Irgendwas mit einer Ressource, das gibt es jetzt so nicht, okay. Das ist aber jetzt einfach mal ein Beispiel dafür. Und ja, das machen wir hier als Handle. ist gleich, ähm, create raw, ups, raw, hey, eh, Resource-Händler. Irgendwie sowas. Völlig egal, was da jetzt steht. Und jetzt machen wir aber folgendes. Wir haben hier eine, zum Beispiel eine, ähm, Funktion oder irgendwas, was mir einen Error wirft, ja. Ich brauche eigentlich den Teil hier unten überhaupt nicht mehr. Ähm, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein, äh, Throw-Error-Operation oder sowas. Also irgendwas, was halt nicht funktioniert. Das kann durchaus mal vorkommen. Ähm, als Beispiel, eine Datei, zu Dateien kommen wir noch in einem separaten Kapitel sogar, weil das Dateisystem hat sich auch verändert. Und, ähm, ja, hier sehen wir jetzt, also das ist jetzt eigentlich noch alles C++ übrigens. Ähm, das hier ist jetzt eine Operation, die wirft einen Fehler, okay. Und wenn die einen Fehler wirft, dann haben wir ein Problem, weil dann stürzt natürlich unser Programm ab. Wenn ich jetzt hier irgendwelche Operationen mache und dann zum Beispiel Delete, ähm, Res oder sowas aufrufe auf meinem Handle, wo ich quasi mir den Handle lösche, ja. Und das Ding hier hat einen Fehler geworfen. Dann wird natürlich das hier niemals ausgeführt. So, und das bedeutet, die Ressource liegt. Das bedeutet, sie bleibt im Endeffekt im Speicher erhalten. Und, ja, man könnte sie zum Beispiel nachträglich auslesen, was natürlich nicht gut wäre für Security-Anwendungen. Nehmen wir mal an, das hier ist jetzt zum Beispiel ein kryptografischer Schlüssel oder sowas. Das wäre absolut katastrophal. Ähm, aber zum Beispiel auch sowas wie, also, das ist tatsächlich dann ein Bug. Aber es kann auch einfach nur sein, dass es irgendwelche vielen, vielen großen Dateien sind und die zum Beispiel den ganzen Speicher vollhauen. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, dass Anwendungen im Hintergrund dann noch irgendwas belegen. Das wird normalerweise dann vom Betriebssystem mittlerweile eigentlich weggeräumt. Aber eben, je nachdem kann es halt mal passieren, dass noch was den Speicher belegt. Und vielleicht habt ihr ja ein Throw auf die Funktion draufgelegt, äh, beziehungsweise ein, ähm, ein Catch um die Funktion drum herum gelegt, sozusagen. Und, ähm, wenn jetzt hier in der Funktion irgendwas einen Error wirft, naja, dann wird halt die Funktion einfach nicht zu Ende ausgeführt. Und dadurch habt ihr dann den Leak automatisch. Das heißt, ihr belegt Speicher, ohne dass ihr den Speicher wieder freigibt. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. So, was man stattdessen machen sollte, nach RAII, beziehungsweise SBRM, je nachdem, welche Variante man lieber hat, ähm, ja, sollte man eigentlich das Ganze kapseln. Und zwar, ähm, man sollte das hier reinkapseln in eine separate Klasse. Ähm, Resource, äh, Resource Manager zum Beispiel. Und dann haben wir hier drin eine Klasse, die uns das alles verwaltet, sozusagen. Das heißt, wir haben hier einen Public, ähm, und hier erstellen wir alles. Und anschließend haben wir hier noch einen Destruktor, ne? Das heißt, wenn quasi mein, äh, Resource Manager zerstört wird, dann mache ich folgendes. Wenn er zerstört wird, sagen wir jetzt hier mal Resource Manager, ja, Klammer, Klammer. Und ich tippe jetzt auch mal den Konstruktor hier oben aus. Ähm, der Resource Manager wird gebaut, ja, das ist der Konstruktor. Und hier sagen wir jetzt einfach, wie haben wir das hier unten genannt, Raw Resource Handler. Das wird hier als Parameter übergeben. Ähm, Raw Handle, ähm, und, ja, den bauen wir uns jetzt halt einfach irgendwie. Ist völlig egal, wie, das ist jetzt, wie gesagt, mehr oder weniger Pseudocode. Wir bauen uns jetzt einen Raw Handle aus Raw Handle Bodenstrich. Raw Handle, hey, hey, Raw Handle Bodenstrich. Wir sehen, wie gesagt, noch richtige Beispiele dann am Ende. So, irgendwie sowas, völlig egal. Das ist quasi im Endeffekt diese Operation hier. Wir bauen uns einen Raw Handle, okay. Und wenn wir jetzt diesen Resource Manager hier löschen, dann wird diese Funktion hier aufgerufen. Das ist quasi der Destruktor, das Gegenstück zum Konstruktor eigentlich. Wenn diese Ressource, also der Resource Manager, out of scope gelangt, ähm, also nicht mehr gültig ist, dann wird der Destruktor aufgerufen. Und was kann ich jetzt hier machen? Na ja, ich kann gezielt sagen, ich möchte diesen Raw Handle löschen, zum Beispiel, wie zum Beispiel hier unten. Also dieses Delete Res Raw Handle. Das kann ich jetzt hier drin aufrufen. Das heißt, ich kann hier drin sagen, hey, mach mal hier den Raw Handle fertig. Und so passt das eigentlich. Natürlich nicht in den runden Klammern, sondern in den geschweiften Klammern hinten dran. So. So, wenn ich das jetzt hier benutze, dann habe ich quasi die Möglichkeit zu sagen, okay, wir bauen uns einen Raw Handler, also wir bauen uns den Raw Handler zwar, aber wir machen den hier in den Resource Manager rein und bauen uns den Handle hier quasi neu, indem wir hier einen, äh, einen neuen Resource Händler oder Raw Resource Händler bauen. Der wird quasi hier als Parameter übergeben, wird hier drin einfach gesetzt. Und dann machen wir irgendwas, was eigentlich keine gültige Operation ist. Die Operation gibt es immer noch nicht. Deswegen throw die mir einen Error. Und anschließend sagen wir, also nehmen wir einfach mal an, die Datei existiert nicht oder sowas. Ja, das ist quasi so das gängigste Beispiel. Und anschließend, naja, wir können hier das Ding nicht mehr deleten, aber irgendwann landen wir out of scope. Das heißt, meine Funktion, meine if, meine Schleife, meine whatever, irgendwas, was quasi in scope beendet. Also eine Vorschleife, eine if, eine Wildschleife, eine Funktion oder irgendwas anderes wird irgendwann zu Ende sein. Und da wird dann dieser Raw, äh, dieser Raw Händler zerstört, weil der Resource Manager zerstört hat. Völlig egal, ob hier irgendwann mal eine Invalid Operation gebaut wurde, die Ressource hier ist nicht mehr gültig, wenn wir hier aus der Main in diesem Fall hier zu Ende sind. Und, ähm, naja, der Handle wäre zwar theoretisch noch gültig, aber er wird einfach mit zerstört. Ähm, nach unserer Vorschrift hier, wie wir es davor hatten, er wird einfach mit kaputt gemacht. Und dadurch haben wir quasi das, ja, den Fehler sozusagen umgangen und verwalten unsere Ressource jetzt so, dass sie nicht mehr liegt. Das ist ein bisschen umständlich jetzt und ich weiß, es erfordert ein bisschen Umdenken, aber, ähm, ja, dadurch kann man quasi hier alles ein bisschen aufgeräumter schreiben, äh, beziehungsweise eben sicherer schreiben, sodass es nicht mehr anfängt zu leaken, wenn wir den Scope verlassen, weil wir irgendwas aufrufen, was halt kaputt gegangen ist. Also, ich meine, Fehler kommen vor. Diese Operation hier triggert quasi extra einen Fehler. Ja, aber es kann, wie gesagt, auch einfach sein, dass eine Datei fehlt und dann, ähm, ja, wird der restliche Code hier nicht mehr ausgeführt. Aber, ähm, hier eben der Resource Manager, der wird trotzdem noch gelöscht, weil das eben eine ganz normale, äh, Ressource ist. Und wir können innerhalb, oder wenn der Resource Manager gelöscht wird, also der Handle hier gelöscht wird, können wir quasi diese Operation hier, die brauchen wir hier nicht mehr, die wird quasi hier im Destruktor ausgeführt. Und dazu brauchen wir den Destruktor. So, ähm, jetzt ist das allerdings ein, nun ja, ähm, nicht wirklich ein neues Konzept. Wie gesagt, das ist eigentlich ein altes Konzept, mehr oder weniger. Und, ähm, ja, deswegen braucht man eigentlich, naja, man braucht eigentlich nicht mehr, aber es geht sehr viel effizienter noch. Es gibt nämlich noch das Konzept Pointer, ähm, Counting, sozusagen, oder Reference Counting, wird es eigentlich genannt. Und was man hier macht, ist im Endeffekt, ich will das nochmal ganz kurz ein bisschen demonstrieren hier. Und zwar, wir sagen ja hier, wir bauen uns das Ganze in einer Foo, ja. Also irgendwas machen wir mit dieser Void Foo, sagen wir einfach mal, Void Foo. So. Und hier wird jetzt mein, ähm, ja, mein Händler und so weiter, wird hier alles angelegt. Und wie gesagt, wenn ich hier Out of Scope gehe, sprich, die Funktion ist zu Ende, also hier unten kommt da noch irgendwelche andere Code hin, ja, ähm, dann ist mein Resource Manager nicht mehr gültig. Das heißt eigentlich nicht, dass er sofort gelöscht wird, weil es könnte ja sein, dass wir diesen Resource Manager irgendwo anders erstellt haben, hier zum Beispiel, und als Parameter übergeben haben. Also den Handel hier als Parameter rein. Und, äh, ja, dann haben wir irgendwas damit gemacht. Und das Ding ist jetzt, ähm, ähm, naja, was, was ist denn, oder wie, wie läuft das denn jetzt ab? Wie, wann wird der Destruktor jetzt ab, aufgerufen? Und im Endeffekt ist die Antwort, wenn keine Referenz mehr auf den Handel zeigt. Das heißt, was im Endeffekt im Hintergrund passiert, ist Reference Counting, ja. Wir zählen quasi, wie viele Variablen verweisen mir auf diesen Handel hier, wie viele Variablen verweisen mir auf einen gewissen Speicherbereich. Wir zählen das sozusagen. Und das ist ein relativ bekanntes Konzept eigentlich. Aber in C++, ähm, 11, beziehungsweise später, wurde so ein kleines bisschen überarbeitet mit Smart Pointers. Ja, Smart Pointers sind nochmal so ein kleines bisschen, ähm, verrückter. Und können wir noch ein bisschen, können noch ein bisschen was anderes machen. Also es ist nicht ganz, äh, so beschränkt, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, sondern wir können dem noch mehr Kontrolle abverlangen. Und das wollen wir in den nächsten paar Videos auch noch klären. Wir freuen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.